Herzlich willkommen zum Slidecast zum Thema Factoring. Was lernen Sie in diesem Slidecast? Sie lernen, was Factoring bedeutet, die wesentlichen Merkmale des Factorings, die Funktion des Factorings, den Ablauf anhand eines Beispiels, sowie die Vor- und Nachteile des Factorings. Was ist Factoring überhaupt? Factoring ist eine Sonderform der Außenfinanzierung. Beim Factoring werden Forderungen durch einen sogenannten Factor angekauft. Ein Factor ist in der Regel ein spezialisiertes Finanzierungsinstitut. In seltenen Fällen ist der Factor eine Bank. Die GE Capital Bank AG, Postbank Factoring GmbH und die Eurofactor AG sind mit die größten Factoring-Unternehmen in Deutschland. Schauen wir uns nun die wesentlichen Merkmale des Factorings an. Beim Factoring handelt es sich um eine umsatzkongruente Finanzierung. Das bedeutet, dass sich die Finanzierung gleichermaßen zum Umsatz entwickelt. Factoring-Institute kaufen nicht jede Forderung an. Es wird in der Regel vorab eine Bonitätsprüfung durchgeführt und nur kleinere Forderungen bis zu einer festgelegten Betragsgrenze angekauft. Durch diese dem verkaufenden Unternehmen zufließende Liquidität kann das Unternehmen direkt arbeiten und in den Unternehmensprozess einfließen lassen. Das Factoring hat drei Funktionen. Die Delcredere-Funktion, also die Übernahme des Ausfallrisikos, eine Dienstleistungsfunktion sowie Finanzierungsfunktion. Für diese Funktion, die der Factor übernimmt, muss der Gläubiger, der die Forderung verkauft, natürlich bezahlen. Für die Dienstleistungsfunktion verlangt der Factor zwischen 0,5 und 2,5 Prozent des Forderungsvolumens. Für die Finanzierungsfunktion bankübliche Zinsen, und zwar in Höhe des Kontokorrentzinses. Und für die Delcredere-Funktion 0,2 bis 2 Prozent des Forderungsvolumens. Dies richtet sich jeweils nach der Ausfallwahrscheinlichkeit. Schauen wir uns nun zum Vorgehen beim Factoring ein Beispiel an. Erika ist Zahnärztin. Sie hat an Max eine Zahnbehandlung im Wert von 500 Euro vorgenommen. Dies soll Max natürlich bezahlen. Daher besteht eine Forderung an Max. Erika ist in unserem Beispiel die Gläubigerin. Max ist der Schuldner. Erika verkauft die Forderung an Max an ein Factoring-Unternehmen, in unserem Beispiel die X-GmbH. Die X-GmbH ist nun der neue Gläubiger von Max. Erika erhält von der X-GmbH eine Bevorschussung der Forderung. Liegt ein offenes Factoring vor, also weiß Max, dass Erika die Forderung verkauft hat, zahlt Max die 500 Euro direkt an die X-GmbH. Ist es jedoch ein stilles Factoring, weiß Max nichts von dem Verkauf der Forderung von Erika und zahlt die 500 Euro an sie. Erika leitet anschließend das Geld an die X-GmbH weiter. Schauen wir uns nun abschließend die Vor- und Nachteile des Factorings an. Die Vorteile sind Die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit Höhere Rentabilität, das heißt das Geld, das zufließt, kann zum einen angelegt werden und durch die Dienstleistungsfunktion können Verwaltungskosten beispielsweise gespart werden. Bessere Finanzplanung möglich Keine Kreditüberwachungskosten Keine Beitreibungsgebühren Vermeidung von Insolvenzrisiken Bessere Bilanzoptik Die größte Position auf der Aktivseite sind die Forderungen aus Lieferung und Leistung und werden verkleinert. Schnellere Bearbeitung als Bankkredit Die Nachteile sind Längerfristige Bindungen an Factor erschweren die Loslösung Bei Auflösung des Vertrags kommen auf den Betrieb Umstrukturierungskosten zu Wirtschaftliche Schwäche wird gezeigt Probleme mit Kunden wegen kurzer Zahlungsziele Bei Abtretung des Gesamtforderungsbestandes ist häufig keine Selektion möglich Drittschuldner schließen vermehrt Forderungsabtretungen in ihren AGB aus In diesem Slidecast haben Sie gelernt, was die Bedeutung des Begriffs Factorings ist die wesentlichen Merkmale des Factorings die Funktion des Factorings Factorings anhand eines Beispiels sowie die Vor- und Nachteile des Factorings Schnellere Bearbeitung burger b Sv0 0 0 0 0 0 0 Bis zum nächsten Mal.